hi freunde und willkommen zu einem weiteren guide von the witcher 3 wild hunt und zwar wenn ihr die mission mit milch und finsternis gemacht habt die nebenquests und dann am ende draußen seid wieder bei armeas anwesen und ihr seid dann hier oben habt dann hier diese kiste ich zeige euch noch mal auf der karte wo wir genau sind und zwar sind wir hier aber mehr verlassenes anwesen in der nähe von oxenfort da geht ihr drauf habt ihr hier diese kiste und da habt ihr das schema zu verbesserten legendären katzenrüstung ich hoffe es hat euch so weit gefallen wenn es gefallen hat lasst gerne daumen nach oben da ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten mal haut rein